Dann beantworten wir wieder, schön verpackt. Kann ein Wasserfall zufrieren? Jawohl, ein Wasserfall kann zugefrieren. Und zwar ist der berühmteste Wasserfall 1911 komplett zugefroren, der Niagara-Vell. Und das Gefrieren beginnt beim Wasserfall am Rand. Also zuerst auf der Seite schön, oder? Oh, da müsste ich auch noch etwas absterben. Und es spritzt auf dem Fels. In Kontakt mit gefrorenem Untergrund kühlen die Tropfen ab und erstarren zu Eis. Also eine ganz einfache Geschichte eigentlich. An diesen Eiskristallen lagen sich weitere Wasserteile ab und kristallieren. Das Naturspektakel lockt viele Besucher an. Zuletzt zugefroren waren die berühmtesten Wasserfälle der Welt im Jahr 1911 und zwar komplett. 2014 waren sie mit Eis überdeckt, aber nicht zur Gänze zugefroren. Also, ein Wasserfall kann eingefrieren. Ich habe den Gara-Vell-Sink zugefroren gewesen. Und dann haben wir diese Frage eigentlich wieder an den Doktor gelegt. Uh, da bin ich ja fast noch umgekehrt.